Hallo, ich bin Julia Georgi. Ich bin Kundenbetreuerin vom Brandenburgischen Viertel und Teamleiterin vom Team Wohnen. Möchtest du Mitglied werden und Teil unserer 1893? Dann erkläre ich dir jetzt, wie es geht. Der Eintritt in die Genossenschaft erfolgt durch die Beitrittserklärung, durch die Zustimmung durch den Vorstand und der Zahlung der Genossenschaftsanteile in Höhe deiner Geschäftseinlage. Aber was hast du als Vorteil? Durch den Erwerb der Geschäftsanteile leistest du einen Beitrag zum Eigenkapital der Genossenschaft. Damit kann die Genossenschaft den Mitgliedern hohe Wohn- und Lebensqualität bieten. Gleichzeitig bist du Eigentümer der Genossenschaft und genießt dauerhaftes Wohnrecht. Denn Kündigungen wegen Eigenbedarf durch den Vermieter sind damit ausgeschlossen. Das heißt für dich sichere und soziale Wohnungsversorgung. Als Mitglied kannst du deinen Vertreter wählen. Der Vertreter ist das Sprachrohr der Genossenschaft und unabhängig von den Geschäftseinlagen hat er eine Stimme zur Mitbestimmung. Er kann an der jährlichen Vertreterversammlung teilnehmen und über die Verwendung der genossenschaftlichen Mittel mitbestimmen. Na, bist du jetzt neugierig? Dann lies doch gerne in unserer Satzung nach, die du auf unserer Homepage findest.